Der Trend zeigt, dass immer mehr Kunden die Erdungsmatte von NASA festkaufen. Damit ist sie die beliebteste Erdungsmatte unserer Kunden. Ich benutze sie jetzt seit einer Woche sowohl als Erdungsmatte für mein Bett als auch als Erdungsmatte am Schreibtisch und ich kann wirklich einen Unterschied spüren. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, besonders für Leute, die wie ich viel Zeit am Computer verbringen. Der Kontakt zum Kundenservice war super. Freundlich, schnell und kompetent. Jederzeit wieder. Vielen Dank. Bin zufrieden. Die Erdungsmatte funktioniert wie sie soll. Erdet wunderbar und wirkt entspannend. Die Erdungsmatte macht ihren Job und erdet mich. Ich bin demnach von diesem Produkt Helllauf begeistert und werde wohl nicht mehr am Schreibtisch sitzen ohne meine Füße auf der Matte zu haben. Die Erdungsmatte macht ihren Job und erdet mich.